Hier wird eine vollständig renovierte ca. 120 m² große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Dortmund-Hörde. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Das Haus wurde 1920 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Büro verfügt über eine Klimaanlage. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 5,50 Euro pro m². Die Nebenkosten belaufen sich auf einen m² Preis von monatlich 300 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.